Im Zentrum für Kunst und Medien gibt es eine öffentlich zugängliche Bibliothek, frei nach dem Motto des ZKM-Gründers Heinrich Klotz Medien für den Bürger. Über 80.000 Medieneinheiten stehen hier als Präsenzbestand zur Verfügung. Der Bestand orientiert sich thematisch an den Aktivitäten des ZKM mit seinen Ausstellungen und wissenschaftlichen Projekten sowie an den Fachbereichen der Hochschule für Gestaltung. Dazu zählen Publikationen der Medienteorie, Philosophie, Film und Fotografie, Kunstwissenschaft und den angewandten Künsten. Lese- und Arbeitsplätze in moderner Umgebung ermöglichen konzentriertes Arbeiten, ob zum Anfertigen der Masterarbeit oder der Recherche für eine neue Ausstellung in ZKM. 2019 wurde die Bibliothek zusätzlich durch eine Media-Lounge erweitert, die ideale Bedingungen für Einzel- oder Gruppenarbeiten bietet und frei genutzt werden kann. Beschiedene Zeitungen werden für die Tagesinformationen bereitgestellt und über 120 Zeitschriften sind von der Bibliothek abonniert und zugänglich. Wenn Sie Hilfe bei der Recherche benötigen, das Fachpersonal unterstützt Sie gerne. Aber auch interessierte Benutzer, die einfach nur zum Stöbern kommen möchten, sind herzlich willkommen. Lassen Sie sich inspirieren! Kommen Sie selbst vorbei und entdecken Sie das vielfältige Angebot der Bibliothek von ZKM und HFG. Bis bald! Kommen Sie lang. Untertitelung des ZDF, 2020